Hallo Leute, ich bin's, der Tobson und willkommen zu einem weiteren Ghost Recon Wildlands Video. Heute mal ein Commentary zu einem Thema, was wahrscheinlich viele Ghost Recon Wildlands Spieler bewegt. Denn was mit diesem Spiel jetzt eigentlich passiert? Wird es ein weiteres Jahr geben? Wird es ein Jahr 3 geben? Oder wird es generell Updates und Patches zu den Spielen noch geben? Das sind Fragen, die stellen wir uns natürlich alle oder haben wir uns alle gestellt. Und da hat der Entwickler auch teilweise schon was zu gesagt. Also Ubisoft Paris hat da schon einige Fragen beantwortet. Und man kann eigentlich schon sagen, ein Year 3 Season Pass oder generell ein drittes Jahr zu Ghost Recon Wildlands, so wie man das von den vorherigen zwei Jahren kennt, also den Year 1 Season Pass und Year 2 Season Pass, das würde es so nicht mehr geben. Das heißt aber nicht, dass das Spiel nicht weiter supported wird mit Updates und freiem Content. Ubisoft Paris hat dazu auch schon was gesagt und einige Fragen beantwortet. Die haben bisher gesagt, dass das Ganze immer noch supported wird mit weiteren Updates und mit weiteren Free Contents und mit weiteren Challenges, wo man Sachen freischalten kann, die es vorher im Spiel nicht gab, die man neu freischalten kann, was einfach neuer Content sein wird für dieses Spiel. Und generell wird es neuen Content für dieses Spiel geben. Ob das jetzt freier Content natürlich nur ist, ist natürlich jetzt die Frage. Ubisoft hat gesagt, ja, es wird vielen freien Content per Update noch geben in nächster Zeit. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wird es auch Sachen geben, die man sich im Shop kaufen kann? Weil der ein oder andere möchte jetzt nicht unbedingt jedes Mal 10.000 Loot Crates ziehen, um meinetwegen den JPC-Plattenträger zu kriegen, den man ja jetzt nicht mehr so als Paket, sofern ich weiß, im Shop kriegt. Den muss man jetzt nämlich per Loot Crate ziehen, sofern ich das richtig gesehen habe. Ich habe den JPC-Plattenträger wohl nicht mehr einzeln zu kaufen gesehen. Konnte man zu Beginn machen, in so einem kleinen Pack. Geht jetzt aber nicht mehr, sofern ich weiß. Und den Tactical Tailor Chest Trick, den es ja jetzt auch neu gibt, den musste ich auch in einen Loot Crate ziehen, damit ich den haben konnte. Also den kann man nicht einzeln kaufen, finde ich sehr, sehr schade. Jetzt, wo Year One und Year Two vorbei ist, könnte Ubisoft eigentlich sagen, mal wenigstens kommen die Sachen, die man vorher in den Loot Crate ziehen konnte, stellen wir jetzt einfach in den Ghost Recon Shop, dann können sich die Leute das kaufen. Also gut, natürlich wird das Ganze dann ein bisschen mehr kosten, aber letztendlich, wenn man sich die Sachen einzeln kaufen kann, ist es, glaube ich, billiger, sich die Sachen, die man wirklich haben will, zu kaufen, als sich für 30 Euro Loot Crates zu kaufen. Ich denke mal, da sollte jeder so meiner Meinung sein, weil Loot Crates sind teuer und das Risiko, dass man das wirklich zieht, ist natürlich nicht wirklich niedrig, denn wahrscheinlich zieht man es eher nicht. Dass das Ganze in diesen Loot Crates sein wird, ist relativ unwahrscheinlich. Ich habe verdammt viel Glück gehabt, ich habe alle zusätzlichen Helme gezogen in den Loot Crates und den Tactical Chaylor, äh, Tactical Chaylor, wahrscheinlich Chaylor, Tactical Taylor Chessstrick, den habe ich tatsächlich in den Loot Crates gezogen, also ich habe Glück gehabt, aber dieses Glück hatte einfach nicht jeder. Das Glück hat nicht jeder und das ist halt das Problem. Das ist das große Problem, deswegen sollten die das wirklich in den Shop reinstellen. Was natürlich auch noch in dieses Spiel mit reinkommen sollte, das ist natürlich nicht nur Sachen, die optisch sind, also sprich Sachen, Kleidung, Westen, Rucksäcke und, 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 sondern natürlich auch Missionen. Das wäre natürlich auch geil, wenn weiterhin noch Missionen rauskommen oder vielleicht released Ubisoft ja noch das ein oder andere DLC, das wäre zumindest cool. Ich denke nicht, dass Ubisoft ein weiteres DLC releasen wird, ich fände es persönlich aber cool, weil ich habe in das Spiel über 200 Spielstunden investiert. Ich glaube, in den letzten ein, zwei Jahren gab es kaum ein Spiel, wo ich wirklich so viel Spielzeit hinein investiert habe, zumindest in ein Koop-Spiel, was ja eigentlich, ja, ein Singleplayer-Story-Game ist oder eher Open-World-Game. Da muss ich wirklich sagen, so viel Spielzeit habe ich in den letzten paar Jahren in kaum ein Spiel reingesteckt, weil das Spiel hat mir wirklich Spaß gemacht. Das Spiel hat zwar seine Ecken und Kanten, es ist nicht perfekt. In vielen Sachen hätte Ghost Recon einfach mehr rausholen können, da wäre Wildlands teilweise, wenn ein paar Sachen besser gemacht werden, worden wären, so, dann wäre das auf jeden Fall ein noch solideres Open-World-Militär-Shooter-Spiel gewesen, wenn man zum Beispiel vielleicht noch ein bisschen mehr militärische Kleidung mit hineinbringen könnte, wobei es eigentlich schon echt viel militärische Kleidung gibt, das darf man jetzt nicht sagen. Aber man hätte natürlich noch mehr mit reinpacken können oder noch mehr Funktionen bei Helis oder noch mehr Steuerungsoptionen bei verschiedenen Fahrzeugen. Man hätte einfach noch mehr reinmachen können. Die Waffensounds, muss ich ehrlich gesagt aber sagen, die haben mir im ganzen Spiel relativ gut gefallen, bis auf die Maschinengewehre. Ich finde, es könnte deutlich mehr Maschinengewehre in diesem Spiel geben, weil die Maschinengewehre in diesem Spiel sind relativ läppsch. Das sind für mich keine Maschinengewehre, die hören sich noch beschissener an als die Sturmgewehre. Die Sturmgewehre hören sich in dem Spiel aber verdammt gut an. Und das ist ziemlich seltsam, dass das ein oder andere Sturmgewehr sich besser anhört, lauter anhört und vor allen Dingen schneller schießt als so manches Maschinengewehr in dem Spiel. Da wünsche ich mir doch vielleicht das ein oder andere Maschinengewehr hier drin, vielleicht das MG3 sogar, das wirklich mal eine ordentliche Feuerrate hat oder dass man einfach mal die Feuerrate der aktuellen MGs einfach erhöht, dass sich das Ganze wirklich wie ein MG anfühlt. Weil sonst brauche ich hier in GRW auch kein MG einpacken, weil die GRW-MGs sind momentan einfach ziemlich nutzlos, muss man sagen. Die braucht man nicht, da kann man auch einfach ein Sturmgewehr und ein Scharfschützengewehr einpacken. Da hat man dann mehr von. Also das Ding schießt genauso schnell wie ein Sturmgewehr. Eigentlich fast jedes, manche MG schießen sogar langsamer als ein Sturmgewehr. Ist halt leider vollkommener Bullshit, weil Maschinengewehre haben in der Regel eine höhere Kadenz als ein normales Sturmgewehr normalerweise. Deswegen finde ich das ein bisschen schwachsinnig. Das wäre natürlich geil, wenn die das nachpatchen würden, was natürlich auch geil wäre. Und ich denke, das wünscht sich so gut wie jeder deutsche Spieler in der Ghost Recon Wildlands Community und zwar Fleck-Tarnen als Kleidungstarnung in diesem Spiel. Ubisoft, wenn ihr was reinpatchen wollt, dann tut da bitte der deutschen Community auch mal einen Gefallen und macht mal Fleck-Tarnen rein oder zumindest auch Wüsten-Fleck-Tarnen. Eine der beiden Tarnungen wäre schon geil. Beide wären natürlich super. Also Wüsten-Fleck-Tarnen wären natürlich wunderbar. Oder halt, naja, halt normales Fleck-Tarnen oder meinetwegen Tropen-Tarnen. Das wäre eine Sache, die wäre natürlich schon echt geil. Das wäre verdammt geil. Und es ist ja nicht so, als würde es diese Tarnung in diesem Spiel nicht geben. Die Tarnung gibt es ja in diesem Spiel. Das ist ja das Problem sogar. Aber nur als Waffentarnung. Und das verstehe ich bis heute nicht. Wer packt sich denn auf einer Waffe Fleck-Tarnen? Oder ich habe auch noch nie irgendeinen Soldaten von Spezialkräften, von deutschen Spezialkräften gesehen, vom KSK oder KSM oder auch andere Spezialkräfte von anderen Nationen, wie zum Beispiel den Amerikanern oder Briten, die sich ihre Waffe in Fleck-Tarnen sprühen oder einschlemmen mit Schlemmkreide oder ähnliches. Habe ich noch nie gesehen. Also da frage ich mich, was ist da in Ubisoft gefahren? Klar, der ein oder andere will natürlich so eine Tarnung haben auf der Waffe. Ist ja ein Spiel, ist ja ganz klar. Aber in echt wird das doch keine Sau machen. Da frage ich mich doch eher, warum haben die das nicht auf die Kleidungsoptionen drauf gemacht, dass man Fleck-Tarnen als Kleidung für die Tarnung nutzen kann. Und da das ja schon im Spiel ist, diese Tarnung, ist es doch für Ubisoft eigentlich nur ein leichtes Ding, diese Tarnung für Kleidung verfügbar zu machen. Das wäre ja nur ein kleines Update für die. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre das für Ubisoft ein riesen Ding, weil Multicam und all das kriegen sie ja auch drauf auf die Kleidung. Also denke ich mal, wird das jetzt nicht wirklich schwer sein, das bei Fleck-Tarnen auf die Kleidung zu adaptieren. Das wäre natürlich eine Sache, die wäre für Ubisoft kein großes Ding. Also das würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen, dass es hier mehrere Tarnungen gibt. Es gibt jetzt nicht nur unbedingt Fleck-Tarnen oder Wüsten-Tarnen, sondern tatsächlich auch so Tarnungen wie British DPM, die es auch in diesem Spiel gibt, aber auch wieder nur als Waffen-Tarnung. Ich verstehe das nicht, Ubisoft. Die Sachen, die ihr als Waffen-Tarnung teilweise habt, die andere Nationen tragen, also ihr scheint ja anscheinend irgendwie die Rechte dran zu haben, sonst würdet ihr das ja nicht als Waffen-Tarnung hier rein tun, dann könnt ihr das ja auch als Kleidungstarnung benutzen. Ich denke, da würden sich sehr, sehr viele GRW-Spieler freuen, die auch vielleicht sogar so ein bisschen Milsim-mäßig das ganze Spiel spielen, ohne Hut und so. Mache ich ja auch manchmal. Ich denke mal, die meisten würden sich da sehr, sehr freuen. Da würdet ihr der Ghost Recon Wildlands Community einen riesen Gefallen mit tun. Das wäre schon eine Sache, wo das Spiel schon sehr, sehr attraktiver wird. Und jetzt, wo es auch keine DLCs mehr gibt für das Spiel, also zumindest keine aktuellen neuen DLCs mehr, spielen die Spieler, die Ghost Recon Wildlands spielen, natürlich das Spiel noch immer. Ich habe einen Kollegen, der Luki, mit dem ich zusammen oft Ghost Recon Wildlands spiele, der hat, glaube ich, über 400, 500 Spielstunden in den Games. Das ist schon krass. Also ich dachte, ich habe in meinen 200 schon vier Spielstunden, aber der hat über 500. Und der hat immer noch Spaß an dem Spiel. Daran seht ihr, dass er ja eigentlich ein gutes Spiel kreiert hat, Ubisoft. Ja, mach doch noch ein bisschen mehr draus. Das wäre auf jeden Fall geil. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt irgendwann Ghost Recon Wildlands 2? Ja, nein, vielleicht. Oder kommt vielleicht generell ein anderes Ghost Recon, was auch wieder Open World sein wird mit einem anderen Namen. Vielleicht nicht mit Wildlands, sondern vielleicht heißt es anders. Da wurde bisher noch nichts zugesagt. Ich habe bisher auch noch kein Leak gesehen. Ja klar, Leak gibt es immer. Es gibt immer Leaks irgendwo, die nicht wirklich wahr sind. Aber offiziell von Ubisoft würde da natürlich noch nichts bestätigt. Oder noch nichts zugesagt. Ja, das sind so die Sachen, die ich mir mal in nächster Zeit noch ein bisschen wünsche für Ghost Recon Wildlands, um das Spiel, jetzt wo ich schon zwei Jahre alt ist, trotzdem immer noch attraktiv zu halten und generell attraktiver für die Spieler zu gestalten, damit die Spieler auch wirklich bei dem Spiel bleiben. Weil ich finde, Ubisoft hat mit Ghost Recon Wildlands ein wirklich gutes Koop-Spiel geschaffen, meiner Meinung nach. Schreibt mir mal eure Meinung zu den Spielen in die Kommentare und wie ihr die Zukunft von Ghost Recon Wildlands seht. Bis zum nächsten Video und ciao. Outro 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 Untertitelung. BR 2018